Herzlich Willkommen zur dritten Episode im Modul C, Social Publishing. Heute dreht sich alles um Ihre persönliche Zeitung im Internet. Technisch heißt das Ganze RSS oder Real Simple Syndication, wirklich einfach Verbreitung von Informationen. Beim RSS handelt es sich um ein Abonnement von Inhalten oder Teilen einer Website durch die Leser. Und das hat den großen Vorteil, dass Sie die neuesten Einträge einer Website erhalten, ohne dass Sie auf jede einzelne Website gehen müssen. Gerade bei Websites, wo es nicht wirklich jeden Tag neue Informationen gibt, ist das sehr, sehr praktisch. Bei Websites wie Tagesschau etc. lohnt es sich vielleicht nicht so sehr. Da geht man einfach dann auf die Website, wenn man Zeit und Lust dazu hat. Technisch funktioniert das so, dass die Inhalte einer Website in maschinendensbarer Form verfügbar gemacht wird. Und zwar nur der Inhalt. Und es werden keine Layout- oder Navigationsinformationen übertragen. Und mit einem sogenannten Feedreader können Sie dann diese Informationen darstellen. Dafür gibt es auch eigene Programme für die verschiedenen Rechner, aber wir schauen es uns heute mal webbasiert an. Dazu gehe ich kurz rüber in meinen Browser. Das ist jetzt der Google Reader. Das ist ein Feedreader von Google. Es gibt natürlich noch viele andere. Wir tun natürlich auch immer wieder ein paar Links auf unserer Website. Hier sehen Sie die Ansicht meines Feedreaders. Ich habe meine Abonnements in unterschiedliche Ordner organisiert. Und zum Beispiel habe ich einen Ordner, wo ich Mitarbeiter oder ehemalige Mitarbeiter drin habe. Und dort kann ich sehen, wo jemand was Neues zum Beispiel in seinem Blog geschrieben hat. Schauen wir mal hier in E-Learning rein. E-Learning 2.0. Thomas hat zu unserem Studierenden-Mitmachen-Netz gebloggt. Hier sehe ich so einen Ausschnitt aus dem Artikel. Und wenn ich weiterlesen will, dann drücke ich hier drauf und dann komme ich auf die komplette Seite. So ist die Frage, wie kriege ich denn überhaupt diese Abonnements in meinen Reader hinein? Dazu suchen wir uns erstmal eine Seite, die wir interessant finden. Ich gehe mal bei Marc auf seinen Blog. Und der hat eine sogenannte Blog-Roll. Da kann ich wieder andere finden. Und schauen wir mal, was es hier so alles gibt. Gucken wir mal auf diese Website. So, und da haben die einfach... Das ist ganz spannend. Das ist eine Website, die Artikel von wieder anderen aggregiert. Und das finde ich ja eigentlich ganz spannend. Okay. Also was mache ich? Ich gucke, ob es hier irgendwo ein RSS-Feed gibt. Und hier sehen wir, aha, hier oben. Meistens hier oben sind diese. Da klicke ich jetzt mal drauf. Und jetzt fragt er mich, womit ich denn diesen Blog abonnieren möchte. Und hier sehe ich schon, aha, ich kann hier mit Google abonnieren. Da klicke ich so auf. Und hier sieht man auch schon gleich, dass es da noch ganz andere Funktionen gibt. Und hier gibt es auch noch verschiedene Programme. Also wunderbar. Bisschen kompliziert finde ich das, ehrlich gesagt. Wenn man es einmal eingestellt hat, wird es dann meistens automatisiert. So, und jetzt kann ich das entweder zu meiner Google Homepage dazu tun. Das schauen wir uns nochmal in der vierten Episode zu dem Modul C an, was da passiert. Aber hier sagen wir, nee, man möchte das ganz gerne so einen Google Reader dazu tun. Klicke nochmal drauf. Und jetzt habe ich diesen Blog abonniert. Und sehe jetzt hier die neuesten Einträge. Ich kann diesen... Den habe ich jetzt in Statistics hineingetan. Und jetzt sehe ich immer, wenn es dann neue Beiträge gibt. So, bevor ich mich jetzt hier drin verliere und auch welche Dinge finde, die ich sehr spannend finde. Wollen wir uns das mal lieber noch ein bisschen weiter anschauen. Google Reader ist so ein bisschen sehr... Ja, ist schon sehr aufgeräumt. Aber auch so ein bisschen dröge, kann man fast sagen. Es gibt eine ganz tolle weitere Version. Also die Möglichkeit, seine Feeds so anzuschauen. Das heißt Feedly. Für Feedly muss man tatsächlich den Google Reader nutzen. Aber Feedly ist eine andere Ansicht auf den Google Reader. Das sieht auch viel netter aus. Das ist jetzt die Digest. Dass man hier sich das ein bisschen alles... Wird das wie auf so einer eigenen Zeitung zusammengepackt. Und jetzt sehe ich hier, aha, hier gibt es ein paar neue Beiträge von besonders, für mich vielleicht besonders wichtigen oder interessanten Blogs. Und da kann ich mal drauf gehen und mir anschauen, aha, okay, was hat Hege geschrieben. Und der hat momentan sehr, sehr viel auch zu seinem Campus hat. Und hier hat er über seine neue Anwendung geschrieben. Und hier gibt es noch einen Beitrag zu Facebook und die Privatsphäre. So, dann gibt es hier verschiedene Möglichkeiten. Es gibt ein sogenanntes Cover, wo ich da auf Dinge hingewiesen bin, die man auf alle Fälle eigentlich lesen sollte. Weil ganz, ganz viele Leute hier das als besonders lesenswert gewertet haben. Und es gibt dann noch eine Ansicht, wo ich einfach die allerneuesten Beiträge halt sehe. Und wenn ich sage, ach, ich will einfach nur sehen, was ganz, ganz aktuell gerade passiert. Und hier sehe ich nochmal die populärsten Beiträge im Kontext meiner Feeds natürlich. Und dann haben wir hier wieder die ganz normale Einträge nach den Ordnern, wo ich mir das dann anschauen kann. Und meistens, ja, oder immer werden einem dann auch noch ganz schöne Tipps angegeben, sodass man noch andere Dinge findet. Also gehen wir nochmal auf Statistics zum Beispiel und da finden wir vielleicht nochmal ganz interessante Hinweise. Ich gehe mal hier auf Social Science Statistics Blog. Und da gucken wir mal, ob hier irgendwie was Interessantes ist. Meistens geht man dann doch erst mal kurz nochmal auf die Website. Und da ziehe ich das mal an, was da so beigetragen wird. Also da denke ich, das könnte vielleicht ganz interessant sein. Also klicke ich hier auf Subscribe und wird gefragt, wo soll denn das bitte hin? In welchen, in welchen, in welchen, in welchen Ort dann sage ich das bitte in Statistics. Und dann sage ich, Subscribe. Wunderbar, und er ist jetzt hier in Statistics gelangt. Ja, also das eigentlich soweit zum Thema Reader. Ich werde in der Dokumentation zu meinem Lernprojekt die Woche nochmal ein paar Tipps geben zum Nutzung von Readern. Und das nochmal einem Basisbeispiel vorstellen, um den Aufbau besser zu zeigen. Hier gibt es halt schon sehr, sehr viele Blogs, die ich hier nutze.